Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 27. März. Guten Morgen beim Geek Talk Daily aus Wien. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für mich vorbereitet. Es geht um Emojis, Tunnels für Schiffe, Twitter, Soundcloud, Facebook, Samsung, Xiaomi, Honor, Apple und Apple. Wir beginnen bei den Emojis. Da hat das Unicode-Konsortium jetzt eine neue Liste verabschiedet quasi mit New York-Kandidaten dafür, was für Emojis heuer im Laufe des Jahres quasi den Standard hineinfinden könnten. 51 an der Zahl sind es. Ob die sinnvoll sind oder nicht, könnt ihr am besten den Link in unseren Show Notes entnehmen. Im Endeffekt, ja, ganz viele verschiedene bunte Dinge dabei. Zwei verschiedene Dinosaurier, Kokosnuss, Brokkoli, Brezeln, aber auch zum Beispiel wieder neue Smileys quasi an sich, also welche mit Monokel wären zum Beispiel dabei. Geschlechtslose Emojis wären jetzt auch mal neuerdings dabei, aber auf der anderen zum Beispiel auch ein Emoji für, ja, ich glaube, ein Gehirn ist schon aussagekräftig, dass das erst jetzt Einzug finden würde. So, wir gehen weiter mit wichtigeren oder interessanteren Themen vielleicht. Wir gehen nach Norwegen. Und die Norweger wollen jetzt einen Tunnel für Schiffe bauen. Klingt ein bisschen komisch, aber fühlt sich aber meiner Meinung nach eine recht interessante Idee. Der soll über eine Meile lang sein, 150 Fuß breit, 118 Fuß tief. Und im Endeffekt soll das halt in einem Gebiet in Norwegen entstehen, wo die Küste sehr, ja, gefährlich unter Anführungsstrichen ist. Und um da quasi das Fahren an der Küste zu vermeiden, macht man eben quasi diesen Schiffstunnel. Das Ganze ist relativ teuer, soll 272 Millionen Dollar kosten, aber im Endeffekt wurde das Ganze schon 2014 bereits budgetiert und das zahlt eine Ausbauoffensive. Dementsprechend sieht es jetzt nicht so nach einem Wagenplan aus, wie es ausschaut, dürfte das tatsächlich kommen. Wo wir nicht ganz sicher sind, ob es kommen wird, sind die neuen Pläne von Twitter. Die haben jetzt vielleicht vor, ein Abo-Modell mit Tutors-Funktionen einzuführen. Braucht jetzt niemanden Schrecken, Twitter ist seit elf Jahren kostenlos und wird es wahrscheinlich auch für normale Nutzer bleiben. Aber es wäre natürlich denkbar, dass man Tweet-Tags, ein eigener Client von Twitter, den sie selbst anbieten, auch unter tweet-tag.twitter.com zu erreichen. Dass sie den halt quasi mit Premium-Features anreichern, um so halt vor allem Marketing-treibenden quasi das Ganze zu erleichtern. Twitter selbst ist schon ganz praktisch. Da können dann zum Beispiel mehrere Leute gemeinsam einen Twitter-Account bearbeiten machen, wie beim TikTok genauso. Mache ich auch in anderen Projekten so. Von daher da ein bisschen mehr hineinführen und dafür dann auch Geld nehmen, ist eine gute Sache. Twitter hat bis heute immer noch kein Finanzierungsmodell. Vielleicht finden sie damit ein Finanzierungsmodell. Vom einen finanzierungslosen Modell, also Dienst zum anderen Dienst, der kein Finanzierungsmodell hat. Wir kommen zu Soundcloud. Da gab es in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Gerüchte, dass die verkauft werden sollen. Aber anscheinend findet die keiner, also will die keiner, und das findet sich niemand, der quasi genug Geld investieren möchte oder das kaufen möchte. Und die Finanzierungsrunde, die die angestrebt hatten, die sollte 100 Millionen Dollar bringen, war auch nicht so erfolgreich, wie die das gerne gehabt hätten. Also was haben die jetzt gemacht? Sie haben sich einen Kredit aufgenommen. Ganze 70 Millionen US-Dollar. Stolze Summe. Im Laufe des Jahres wollen sie um den Faktor 2,5 wachsen. Halte ich für ein bisschen sehr ambitioniert. Und wollen dann auch ein Geschäftsmodell quasi stärker integrieren und dadurch dann quasi profitabel werden. Bin gespannt. 70 Millionen Dollar sind natürlich eine große Ansage. Auf der anderen Seite, die haben ja schon sehr viel Geld verbrannt und bis heute nicht wirklich Einnahmen lukrieren können. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt. Zu dem anderen Dienst, der sicherlich sehr, sehr viel Geld bringt. Wir kommen zu Facebook. Und Facebook wird im Messenger jetzt neue Dinge einführen, beziehungsweise die werden gerade schon ausgerollt. Und im Endeffekt, ja, wir werden das in den nächsten Tagen oder eigentlich sollte das dieses Wochenende schon der Fall gewesen sein, im Endeffekt dann auch bald in unserem Facebook Messenger sehen. Wovon ist die Rede? Wir reden von Reactions und Mentions. Reactions, Reaktionen, sind im Endeffekt die Möglichkeit, auf eine Nachricht quasi, ja, per direkter Geste reagieren zu können. Ähnlich wie das Apple Biomessage macht, das mag ich sehr gerne, bin froh, dass es auch im Messenger kommt und ich quasi ein bisschen mehr machen kann auf einzelne Nachrichten, als nur danach immer nur so einen Daumen zu senden. Auf der anderen Seite, gerade in Gruppenchats, sicher spannend, ich kann halt Leute mit einem Ad auch direkt in die Menschen nehmen, so wie das viele andere Dienste auch haben. Wir kommen zusammen, sondern aus einer kleinen, ja, ich finde recht lustigen Nachricht. Die Sache mit dem Galaxy Note 7 kennt ja eh schon jeder, da gab es letztes Jahr Probleme mit dem ARC und das Gerät oder zurückgerufen. Aber nicht alle Nutzer sind dem Rückruf offensichtlich gefolgt. Ich habe das Wochenende selbst herausgefunden, dass ich einen Freund habe, der das immer noch herumliegen hat und damit ganz, ganz glücklich ist. Sein Glück wird aber bald enden. Ende dieses Monats soll nämlich ein Update verteilt werden, dass das Gerät quasi mehr oder minder jetzt völlig außer Funktion setzt. Damit sollte das Aufladen völlig unmöglich werden. Dementsprechend ist es dann wirklich nicht mehr zu verwenden. Und ja, damit sollte sich dann der Fall und dieses Gerät endgültig erledigt haben. Nicht erledigt hat es sich um Xiaomi. Xiaomi sind jetzt quasi die Specs der neuen beiden Flaggschiff-Modelle herausgefallen, mehr oder minder. Wir reden vom Mi 6 und vom Mi 6 Plus. Im Endeffekt, ja, relative Standardkosten unter Anführungsstrichen. 5,15 Zoll Display, 5,7 Zoll Display. Eine 19 Megapixel Kamera im kleineren Modell, eine Dual 12 Megapixel Kamera im Größenmodell. Allerdings wieder von Sony, das ist durchaus spannend. 6 GB RAM, Speicher so zwischen 64 und 128 GB. Durchaus spannend, weil der wird ja eigentlich den neuen Samsung Handy, hieß es zumindest, soll ja dem Vorbehalten sein. Die kommen mit einem Snapdragon 835 daher. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, naja, China, die Handy schaffen sie nie zu uns. Nur einerseits, da gibt es ja relativ viele mittlerweile sehr bekannte und anscheinend auch sehr beliebte Dienste laut einem heißen Artikel letzter Woche, die diese Geräte auch relativ problemfrei nach Österreich, Deutschland oder die Schweiz importieren. Und auf der anderen Seite, ja, man weiß ja nie, gibt es ja auch China-Hersteller, die nach Österreich, Schweiz und Deutschland kommen. Zum Beispiel Honor, was auch gleich unsere nächste News wäre. Honor hat vor kurzem das Honor 6X vorgestellt. Das kann man über ganz normal bei uns auch kaufen und ohne Probleme und ohne Zollprobleme bei uns erwerben. Und beim 6X gibt es zumindest mal zwei neue Farben, für die die es ein bisschen verspielter gerne hätten. Zwar rosa und hellblau. Zum Abschluss zwei kurze News zu Apple. Zum einen vielleicht ganz interessant, einerseits, ah, wenn ihr selbst ein bisschen programmieren lernen wollt, oder aber auch vielleicht auch für eure Kinder. Im Endeffekt, die Swift Playgrounds gibt es jetzt seit letzter Woche, auch in Deutsch, war eine dieser vielen Abtests die letzte Woche rausfielen und so ein bisschen im Schatten der Neuvorstellungen entstanden. Aber ja, Swift Playgrounds auf Deutsch ist sicherlich durchaus wichtige Sache. Vor allem, gerade wenn es Kinder beibringen wollt, glaube ich, ist es auch durchaus wichtig, dass es in deutscher Sprache vorliegt. Auf der anderen Seite hat Apple auf die iCloud-Hack-Meldungen reagiert. Da soll ja die türkische Crime-Family in hunderte Millionen iCloud-Konten eingebrochen sein quasi und will diese, sofern Apple nicht bezahlt, das ist ein Impressungsfall, entsprechend diese Accounts zurücksetzen. Apple hat reagiert und hat das Ganze dementiert und gemeint, das kann nicht sein. Auf der anderen Seite gab es aber letzte Woche auch schon die ersten Recherchen der deutschen Presse, wo im Endeffekt diese türkische Crime-Family, die haben sogar eine Presse-Adresse übrigens, quasi auch schon Account-Daten, so ein bisschen das Sample herausgerückt haben. Die haben dann auch den Account-Nutzern hinterher gefragt, die Daten seien echt. Auf der anderen Seite weiß man aber eben nicht, wo sie die Daten herhaben. Im Endeffekt kann das natürlich auch passieren, dass das irgendwie durch irgendwelche Phishing-Aktionen herausgekommen sind. Da halt immer das große Problem, wenn man ein Passwort hat, das man bei anderen Diensten auch nutzt, dann kommt man halt auch relativ schnell auf ein iCloud-Passwort, wenn man irgendwo bei, weiß ich weiß, einem Yahoo-Hack die Daten sich geholt hat. Fraglich, wer recht hat, Apple dementiert zumindest mal, wir hoffen, sie behalten recht. Und das ist wirklich nur irgendwie eine halbe Fake-News, halbe Aufschrei-News. Trotz allem auch wie immer am Montag zum Ende dieser Folge der Hinweis, haltet eure Passwörter aktuell, haltet eure Account sicher und wechselt eure Passwörter. Und wenn es geht, nicht überall das gleiche Passwort verwenden. Mit dieser wie immer guten Empfehlung entlasse ich euch ansonsten in den wahrscheinlich mehr oder minder fürchterlichen Montag, das der Beginn der Woche ist. Wir hören uns aber auch die restliche Woche, und da wird es dann hoffentlich besser. Alles Liebe, schönen Montag noch. Ciao. Hört mehr Geek Talk.